Nächste Woche kommen übrigens die ETAVOX Ehrenfeld Pullover. Die werden auch richtig geil. Ich freue mich da richtig drauf. Ich werde da selber mit rumlaufen. Top-Qualität, Top-Qualität. Ich sage Sweatshirt-Qualität von Stone Island mindestens. So, wir hatten ja bestellt. Wir Burberry. Mein erstes neu gekauftes Burberry-Teil. Ich hatte mal einen Burberry-Trenchcoat in einer gewissen Größe. Ich weiß gar nicht mehr. Das ist mit Zahlen, nicht mit MLS und so weiter. Und den habe ich gebraucht gekauft für 400 Euro. Dann habe ich den dem Moe, der hier auch irgendwo ist, für einen Fuffi verkauft, weil der dem gut gepasst hat. Dann hat der den verkauft, gewinnbringend, hat er mir eben stolz erzählt und hat seiner Freundin dann was Schönes davon gekauft. Immerhin, immerhin Ehre. Hat sein Girl was gekauft davon, aber was ist das denn? Der sah so gut da drin aus und ich hatte mich gefreut, dass der den genommen hat. Dann verkauft er den. Und dann bindet er mir das noch auf die Nase. So, Burberry. Die Frage ist, ist es zu drüber oder ist es cool? Ist es cool? Ist es cool, ultra tätowiert mit Burberry-Sachen durch die Gegend zu laufen? Als wäre man Jesus. Für welches Klientel spreche ich damit an? Aber es ist auch in your face. Es ist auch ein Statement. So sehe ich das ja. Aber ich bin meistens, also eigentlich müssten die Frauen teurer angezogen sein als die Männer, oder? Und dafür brauchen die Männer halt irgendwie ein Auto oder so. Alles, was die nicht in Klamotten stecken, stecken die dann ins Auto. Und die Auto, die Frauen, die geben ja nichts aus für Essen, Trinken und so weiter. Und das können die dann in Klamotten stecken. So ist es ja eigentlich. Aber das hier ist halt der ultimative Flex. Und noch drei Kinder. Burberry und drei Kinder. Hatten wir ja mit Frank Lukas. Hatten wir ja mit Frank Lukas. Boah. Boah. Es geht schon los. Geht schon los. Geht schon los. London, England. Witzig. Auch noch witziger Funfact. Jana und Big Mike waren ja noch, wir waren ja noch lange hier zugange und haben noch weiter gepodcastet, ohne aufzunehmen. Und das war so lustig am Freitag noch. Das war so lustig. Bis elf, zwölf Uhr waren die noch hier. Und dann haben wir, weil, ich habe bei Burberry, Burberry bestellt und dann hat der Typ, der Manager, hat mir eine E-Mail geschrieben. Also oder der Sales Manager, keine Ahnung, oder so ein Typ. Warte, ich gucke jetzt mal gerade nach. Ich gucke mal gerade nach. Das ist ja eigentlich alles viel besser als Nachrichten, oder? Konsum. Äh, Gmail. Ich habe es über Gmail, weil ich habe es ja privat, privat bestellt. Der Typ hieß, der Typ hieß, Customer Service, ihre Bestellung wurde versandt. Darren DiGiorgio, Customer Service Director. Und dann haben wir den gefunden bei BoomerBook und dann habe ich dem eine Freundschaftsanfrage geschickt und dann haben wir noch die ganzen Bilder von denen geguckt bei Instagram und wir haben uns kaputt gelacht. Wir wollen jetzt, dass ich eine Freundschaft mit dem Darren DiGiorgio, dem, dem, ähm, hier, was weiß ich, wie heißt er? Wie heißt er? Customer Service Director von Burberry anfange und den dann so Frage so, ob der Prozente kriegt oder sowas. Ähm, ein Burberry-Teil für Statement? Ne, das ist kein Statement. Also, ich brauche was kurzärmliches, was langärmliches, was kurzhosiges und eine Jacke. Das ist ein Statement. Das ist ein Statement. Ich brauche vier Burberry-Teile und eigentlich noch ein Accessoire. Fünf Burberry-Teile. So, das ist ja hier allein schon der Karton. Allein schon der Karton. Ne? Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Ohlala. Ob das wohl gut fürs Klima ist, so viel Papier zu verschwenden? Das habe ich hier so, ah, das sind die Rücksendeetiketten. Das wären dann die Rücksendeetiketten. Das hatte ich bei Stone Island genauso fein, äh, genauso fein gehabt. Euro 390. Wie gesagt, inklusive Expressversand aus, außerhalb der EU. Mit Zoll und allem. Alles schon abgewickelt. Wie gesagt, ey. Stone Island. Äh, nehmt euch mal ein Beispiel. Nehmt euch mal ein Beispiel. Ja, Barbour-Jacke kann man ja so, das kann man ja so nebenbei mal machen. Das ist ja kein Problem. Äh, Barbour. Barber. Heißt das, glaube ich. Barber. So, und jetzt geht's hier weiter. Ja, 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 Mann. Also, klamottenmäßig muss man schon sagen, Engländer weit vor Deutschen. Weit vor Deutschen. Auch der Average englische Proll, wesentlich besser gekleidet als irgendein, als der Durchschnittsdeutsche überhaupt. So. Auch hier mit Siegel noch drauf, ja. Hat hoffentlich der Darren Di Giorgio persönlich eingepackt. Also auch hier sehr hochwertiges Papier. Und dann hier drin nochmal so eingepackt, ja. Und nochmal versiegelt. Nochmal versiegelt. Ah, ist das schön. Ach, macht das Spaß. Hm. So. Das ist unnormal. Ey, ich danke mir, ich danke euch, ich danke uns, dafür, dass ich das machen kann, ja. Das ist, das ist, ihr müsst bedenken, alle unsere Feinde sind Opfer und wir baden in den Tränen unserer Feinde, die, ähm, auf dem Fahrrad durch den Regen fahren, meinen kostenlosen Content hören und sich dann nach Monaten entscheiden, doch nicht zu Patreon zu kommen, äh, die sollen das alles mitkriegen, dass ich dieses Leben führe, was sie, wozu sie niemals in der Lage sein werden. Ja, es ist ja ein Geben und Nehmen. Wir haben das ja gemeinsam geschafft, ja. Ihr kriegt ja auch was dafür, aber, ähm, ohne euch geht's ja auch nicht, ne. Ich hab euch überzeugt. Ich hab euch überzeugt. Und, äh, ihr sorgt dafür, dass ich nie wieder mit Normies zusammenarbeiten muss. Und dafür, äh, bin ich immer für euch da. So, genau. Größe M. Ich hab keine Ahnung, ob das passt oder nicht. Muss aber. M passt eigentlich immer. So, hier sind ja wahrscheinlich noch Knöpfchen drin und so weiter. Organic Cotton. Das fühl, ich muss sagen, wirklich kein Witz. Es ist wirklich kein Witz. Es fühlt sich ultra krass an. Es fühlt sich original noch besser an. Kann man das sehen, wie das hier gewebt ist? Ne, kann man nicht. Kann man irgendwie nicht sehen. Äh, es hat hier, der Kragen hat auch noch so eine Gravur. Man kann es nicht sehen. Man kann es nicht sehen. Der Kragen hier hat hier noch eine Gravur. Also, ähm, so eine, so eine, ja, so ein Pfeilmuster. Und hier am Ärmel auch. Man kann es original nicht sehen. Kann man das ein bisschen erahnen. Und es fühlt sich wirklich mal, alle sagen das dann immer, ja, die Qualität und noch besser und noch kranker. Es fühlt sich original besser an als das Stone Island Polo. Dicker, irgendwie wertiger, keine Ahnung. Ja, hier ist natürlich noch das Knöpfchen drin. Und jetzt kommt der eigentliche Gag. Meiner Meinung nach der eigentliche Gag. Der eigentliche Gag. Das ist es nämlich. Der Flex. Das ist jetzt der Flex. Wenn ich damit durch Ehrenfeld schlendere. Das ist der Flex. Dann rafft es auch jeder. Das ist ein bisschen anders. Ansonsten ein schwarzes Teil. Aber das reicht ja, wenn das hier oben so rausguckt. Ich ziehe mich dann mal um. England und Italien. Alle sehr gut gekleidet. Viel, viel besser als der Average Alman. Logischerweise. Aber in Italien, da kommt das halt her. Burberry ist natürlich nicht aus Italien. Aber aus Italien kommt sehr viel her. Italiener auch sehr gut gekleidet. Aber auch die normalen, keine Ahnung, normalen, wie kriechen das jetzt hier auf? Auch die normalen Leute, sage ich mal. Aber in England wirklich auch der totale Proll. Absolute Vollassis. Wesentlich besser gekleidet. Als der Average noch nicht mal deutsche Vollassi. Und es passt. Wow. Holy shit. Sweet baby Jesus. Wo ich damit wohl gleich flanieren gehe. Ja, also wie gesagt. Danke. Ich danke euch. Ich danke uns. Ich danke mir. Dafür. Geil. 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 Das ist es doch. Oder? Das ist es doch. Oder, Markus? Das ist doch irgendwie der Gag. Hier so ein bisschen. Ja. Ansonsten. Jo. Ich fühle mich gut. Ich scheiße auf Berlin. Es ist cool, oder? Es ist cool. Es sieht wirklich cool aus. Ob ich damit wohl zum Drangsal-Konzert gehe am Samstag? Erstmal nochmal eine Monsterdose aufmachen. Nicht dafür. Nicht dafür. Alles gut. Alles gut. Sitzt wirklich. Ne. Ich finde, es ist okay. Ich finde, das wird jetzt mein neuer Style. Das wird jetzt mein neuer Style. Ich kaufe mir jetzt jeden Monat, jeden Monat kaufe ich mir ein neues Burberry-Teil statt Krypto. Statt Krypto. Ein Burberry-Teil im Monat ist drin. Und ich tue das für uns. Und ihr wisst es. Und ihr müsst bedenken, ihr seid der Wind in den Segeln des Piratenschiffs. Aber das Piratenschiff ist auch eine Gang. Ist auch eine Crew. Ist auch ein Statement. Ich werde auch mit meinem eigenen Merch durch die Gegend laufen. Wenn dann die Pullover kommen. Und wenn ich so hier durch die Gegend laufe, dann ist das gut für uns alle. Also das ist einfach Fakt. Wenn unsere Feinde dann anfangen zu weinen. Ich habe es eben schon mal gesagt. Das ist einfach glorreich, dass die nicht klar darauf kommen, dass bei uns so läuft. Das ist in your face. In your face. Feinde der Freiheit. So. Weiter geht's. Ich lieb's. Living the life. I'm living the life. Ne, ich wollte so ein... Ich wollte so ein... Karo. Sagen wir mal gucken. Sagen wir mal gucken. Sagen wir mal gucken. Warte. Ich wollte... Warte. Ich wollte als nächstes Original... Die haben auch nie richtig Sale. Die haben... Warte. Hier hatte ich geguckt. Ich wollte... Den finde ich geil. 790 ist mir ein Tick... Also was heißt zu teuer? Was heißt zu teuer? Es gibt den, aber es gibt noch einen günstigeren, den ich eigentlich genauso gut, wenn nicht noch besser finde. Das hier finde ich auch nicht schlecht. Hier rechts. Ich wollte den hier kaufen. Ich wollte den hier kaufen nächsten Monat. Jo. Ja. Also hier sieht man es auch. People of Color, wie ich, können es gut tragen. So. Das nur so als kleiner Teaser. Für nächsten Monat. Also. Läuft bei uns. Tschüss. 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 Tasche.